Grüezi miteinander. Willkommen im Museum. Ich bin ja nicht so unbedingt Militärfan, aber es war Geschichte und wir müssen es erzählen, wie es hier stattgefunden hat in Schwammendimme. Es gab einen grossen Einfluss für die Bauern 1799, die sich Russen, Franzosen und Österreicher hier bekriegen. In dieser Gegend hat das stattgefunden und gegen die Siegelhütte hat man geschossen. Wir finden heute noch verschiedene Utensilien aus dieser Zeit, wo man daran merkt, was da passiert ist. In dieser Vitrine sieht man, als ich eine Ausstellung gemacht habe über 1799 und dachte, das könne niemand schauen. War das nicht der Fall? Es sind über 500 Leute in die Siegelhütte gekommen. Wir haben dort mit der Schule ein Theater aufgeführt und mit der Musik schulte Musik. Sigi Widmer, der ehemalige Stadtpräsident, hat Laudatio gehalten. Und ich habe eine Bildgeschichte herausgefunden, aus Holzschnitt. Und das hat gewaltig Anklang gefunden, die ganze Geschichte. Und dann hat man gesehen, wie die Bauern, die Geschichte ist so interessant gewesen, bei den Bauern reinkommen und die haben an denen alle Hartöpfe gefressen. Und zum Teil sind sie noch in die Schlafzimmer eingedrungen. Und der Bauern hat den Rechen genommen und sie rausgeschüttet. Also das war eine gewaltige Geschichte für die Bauern, die darunter gelitten haben. Und die haben ihnen das Holz abgeholzt, um Barrikaden zu machen, das Holz. Und die hatten dann 30 Jahre zu wenig Holz für ihre Öffern zu heizen. Weil die haben in dieser Zeit den Sorabau getrieben mit dem Wald. Und dieser Wald hat den Schwammendinger geklärt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020